So, da sind wir. Hier, guck mal. Zimmer 831. Kannst dir vorstellen, was das bedeutet. Ich bin schon 0,5, da muss man die Karte. Wir sind gerade eben erst angekommen. So, unser Bad direkt. Das ist schon voll okay. Schöne ebenerdige Dusche. Das Zimmer hat diesmal sogar ganz neue Schränke. Also noch besser renoviert, als das andere da sind. Das ist ein Sicherungskasten. Das ist echt ganz schön. Wer guckt im Urlaub fernsehen? Wir sind 8. Etage. Da unten ist unser Spitzenpool. Und jetzt haben wir Meerblick. Das ist mega warm. 31 Grad oder so sollen sein. Schöne Grüße an alle. Bis uncomparniert. Bis zum nächsten Mal.